Hallo und herzlich willkommen in diesem Kurs. Mein Name ist Maike Hohnwarter und ich helfe Unternehmern und Unternehmerinnen mit ihrem Online-Geschäftskonzept und ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Bist auch du Autor oder Autorin eines genialen Buches und würdest das irrsinnig gern auch als Hörbuch anbieten und hast bisher noch gar nicht gewusst, wie das geht, dann ist mein Kurs genau der richtige für dich. Ich zeige dir wie und glaub mir, es ist gar nicht schwer. Es gibt eine deutschsprachige Plattform, die nennt sich Fire und dort kann man das mit wenigen Handgriffen erledigen. Und genau das zeige ich dir auch, also wie genau das geht und dann gibt es dein Hörbuch nicht nur auf Amazon, sondern auf ganz vielen anderen Plattformen, so wichtigen Plattformen wie Audible oder iTunes oder Spotify und noch vielen mehr. Ich habe selbst erst vor kurzem ein Buch veröffentlicht und ich zeige dir Schritt für Schritt, wie ich mein Buch zu einem Hörbuch wandle und hinauf lade und du kannst mir zuschauen, wie einfach das geht, damit du das dann einfach auch machen kannst. Im Speziellen zeige ich dir folgendes, nämlich zuerst einmal alles zum Thema Aufnahme. Also falls du gar nicht selbst aufnehmen willst, wo findest du einen Sprecher? Und falls du doch selbst aufnehmen willst, wozu ich dir auf jeden Fall auch rate, gebe ich dir Tipps zum Thema Mikrofon und auch zur Software, mit der du aufnehmen kannst. Die Software ist kostenlos, ein gutes Mikrofon bekommst du schon unter 100 Euro. Weiter geht es dann, wenn du die Aufnahme fertig hast, natürlich damit, dass du deine Audio-Files hinaufladen musst auf die Fire-Plattform und auch das ist in ein paar Handgriffen geschehen und überhaupt nicht schwierig. Und zum Schluss ist es natürlich auch wichtig, dass die Welt von deinem Hörbuch erfährt und dazu gebe ich dir dann am Schluss auch noch einige Tipps. Ja, wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, komm doch am besten gleich rein in den Kurs und schau dir an, wie auch du dein Buch als Hörbuch vermarkten kannst.